Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind alle entlassen. Bankrott? Mehr Glück beim nächsten Job. Das ist nicht das Leben, das ich dir versprochen habe. Nicht mal annähernd. Mädels, ich glaube, ich habe eine Idee. Pity Bannon, zu Ihren Diensten. Ich stelle eine Show auf die Beine. Und ich brauche einen Star. Jeder von uns ist etwas Besonderes. Und keiner ist so wie die anderen. Darum geht es in meiner Show. Bereit? Showtime. Wir haben uns besonderes. Wir haben euch gewonnen. Wir haben uns beim nächsten Job. Wir haben uns Zeit. Wir waren uns Zeit. Dann können wir die Beine. Wir haben uns Zeit. Wir haben uns Zeit. Wir haben uns Zeit. Wir werden uns Zeit. Wir haben uns Zeit. Dann können wir uns Zeit. Wir haben euch gesendet. Es hat noch nie jemand etwas verändert, in dem er so war wie andere. Ich kann nicht einfach weglaufen und mit dem Zirkus ziehen. Warum nicht? Ich meine, du hast eindeutig Talent für das Show-Business. Show-Business? Noch nie davon gehört. Weil ich es gerade erst erfunden habe.